hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar hat das amtsgericht ulm gegen den familienhelfer der vom jugendamt ehingen ausgewählt und beauftragt wurde ein verfahren wegen kindeswohlgefährdung eingeleitet dieser familienhelfer war im haushalt der mutter unserer kinder um dort hilfe zur erziehung zu leisten und bevor ich mehr darüber sage noch der hinweis dass ihr über alle neuen videos automatisch benachrichtigt werdet wenn ihr unseren kanal auf youtube abonniert den freifam kanal und die glocke aktiviert ja dieser familienhelfer der war so ab ich glaube ende der sommerferien september oktober zumindest jeden freitag während meine älteste tochter bei der mutter im haushalt war um ihre geschwister zu sehen mit dabei und soweit ich von meiner ältesten tochter weiß die ja bei mir lebt hat dieser familienhelfer sich auch montags mit der mutter getroffen und in unserem fall wissen ja vielleicht da hat das gericht festgestellt ich würde unsere kinder schädigen weil ich mit denen über das wechselmodell rede das ist die erziehung von kindern in gleichberechtigung das hat sich als lüge herausgestellt das stimmt überhaupt nicht da haben die gerichte einen fehler gemacht der jedoch nach wie vor nicht korrigiert wird die älteste tochter hat es im mai 2019 in die eigene hand genommen und ist von der mutter zu mir geflohen wo sie psychischer gewalt ausgesetzt war die mittlerweile auch von einem psychologen durch ein gespräch mit der ältesten tochter belegt ist die anderen drei kinder müssen noch per gerichtsbeschluss immer noch bei der mutter bleiben und sind dieser psychischen gewalt ausgesetzt und das jugendamt ehingen reagiert auf diese gewalt nach wie vor in keinster weise obwohl es mittlerweile auch von der einschätzung des psychologen weiß von der ich ja auch schon auf youtube berichtet habe und der familienhelfer war auch nach expliziter aussage der damen helen müller und simone neumann vom jugendamt ehingen nicht dazu da um die drei kinder im haushalt der mutter vor der gewalt zwischen gewalt durch die mutter tante und oma zu schützen das war den ganz wichtig am ersten oktober das festzustellen tja und dieser familienhelfer hat nun also selbst psychische gewalt gegen meine kinder angewandt und zwar genau dieselbe psychische gewalt die auch die mutter tante und oma ende juli gegen die kinder angewandt haben dieser familienhelfer der vom jugendamt ausgewählt wurde und den das jugendamt zu verantworten hat hat meiner tochter der ältesten ein schlechtes gewissen gemacht vor ihren drei geschwistern und hat sie im grunde dazu gezwungen ihren vater zu leugnen er hat ihr nämlich gesagt dass das jugendamt einen termin mit mir und der ältesten tochter abgesagt hätte wegen den videos die ich auf youtube machen würde damit hat er mir die schuld zugewiesen und hat die tochter im grunde gezwungen loyal zur mutter zu sein weil der familienhelfer nämlich noch gesagt hat das würde es schwer machen dass die mutter ich weiß nicht wie es genau ausgedrückt hat das hat mir die älteste tochter auch erzählt sowas in der art dass es dann schwer wird dass man eine lösung mit der mutter findet also wie gehabt der vater ist an allem schuld des kindes zum vaterheld ist ein verräter immer die gleichen mobbing muster die gleiche psychische gewalt die nun eben auch ein familienhelfer des jugendamt ehingen angewandt hat gegen meine kinder ich weiß nicht was da los ist das ist nicht nur inkompetenz des jugendamt ehingen das scheint eine bewusste und gezielte schwarze pädagogik zu sein die man da verfolgt dieser familienhelfer ist diplom sozialpädagoge ich kann nicht verstehen wieso der eine derartige psychische gewalt gegen kinder ausübt unsere kinder und von denen will dass sie zur mutter halten und den vater verleugnen das ist nicht akzeptabel was da geschieht und das amtsgericht ulm hat deshalb nun einen erörterungstermin wegen einer kindeswohlgefährdung durch diesen familienhelfer eingeleitet wann dieser erörterungstermin sein wird weiß ich nicht ich werde euch auf dem laufenden halten danke fürs zuschauen und wenn ihr wie schon gesagt benachricht werden wollt über neue videos dann klickt auf den abonnieren button aktiviert die glocke damit ihr automatisch über alle neuen videos benachrichtigt werdet falls ihr selber einen fall habt über den freifam berichten sollt dann schickt eine e mail mit kurzen infos an info at freifam.de wir melden uns dann bei euch und wenn ihr uns mit spenden unterstützen wollt unsere sache nämlich die freiheit der familien dann spendet die informationen kriegt ihr jetzt im abspann über den link der dort angezeigt wird danke nochmal fürs zuschauen und tschüss und gerne zuミュ привет werdet mit Untertitelung des ZDF, 2020